Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 und nicht wundern, wir sind jetzt woanders, als wir letzte Folge aufgehört haben. Wir sind nämlich beim Schmied hier in... Wir sind gar nicht in Norvigrad, ne? So, äh, ist auch egal, wir sind auf jeden Fall beim Schmied. Nein, ich wollte jetzt gar nicht, eigentlich wollte ich mit dem gar nicht reden. Wiedersehen. Ciao. Ich wollte nur ganz kurz, das wollte ich jetzt nicht offscreen machen, ich hab jetzt so ziemlich alles verkauft, wir sind wieder leichtfüßig wie eh und je. Aber wir haben jetzt ein paar Optionen, die ich nochmal übrig gelassen habe. Ganz kleines bisschen Geld haben wir jetzt ja auch wieder. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen Optionen. Und zwar haben wir als Bären Silberschwert, das sieht ganz gut aus, allerdings haben wir hier einen Dreiersockel. Äh, plus 23 Schaden gegen die Dreiersockelung, mhm, mit 50 Rüstungsdurchbohrung, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier allerdings wird's direkt mal kritisch. Das hier ist ein Silberschwert, das hier ist auch ein Silberschwert. Also würde ich gerne mal die Mondklinge, ehrlich gesagt, aktivieren. Das Ding werde ich dann wohl auseinandernehmen. Fluff. So. Da ist die, da ist die Dreiersockelung. Angriffskraft und Chance auf Einfrieren. Ähm, da werde ich wohl die Sockelung wieder entfernen. Jetzt haben wir hier noch Silberschwert, da haben wir sogar noch ein Plus 12, aber nur eine eigene Sockelung. Ich glaube, ganz ehrlich, ich lasse mal die Dreiersockelung, auch wenn wir hier Plus 12 Schaden haben, ist auch Wurst. Hier den Gräber, den hätte ich eigentlich, hätte ich schon längst verkaufen können, weiß gar nicht, warum ich ihn behalten habe. Verbettet als Bärenstahlschwert mit Zweiersockelung, aber dafür 40 mehr Schaden. Hm. Würde ich ehrlich gesagt, würde ich mir ungern entgehen lassen. Dann mache ich da einfach mal zweimal, äh, zweimal 30 Rüstungsdurchbohrung rein. Bluten brauchen wir nicht unbedingt. Das Bärenstahlschwert habe ich übrigens, muss ich zugeben, habe ich gerade eben erst geschmiedet. Erst normales Bärenstahlschwert, da habe ich zwei Dunkeleisen gekauft. Oder vier, glaube ich sogar. Zwei brauchten wir aber. Und dann habe ich das nochmal verbessert, weil wir das Rezept, weil wir die Rezepte gerade da hatten, wollte ich das nochmal machen. Das heißt, das kommt gerade frisch aus der Schmiede und lohnt sich auch bereits. Hier haben wir unsere Art, kritische Trefferschance, 10, 15 Prozent auf Bluten. Hier haben wir 25, kritischer Trefferbonus, gefällt mir auch sehr gut. Dann machen wir noch ein bisschen, naja, Rüstungsdurchbohrung oder Trefferbonus drauf, wahrscheinlich Rüstungsdurchbohrung. Dann haben wir hier unsere alte Rüstung. Zwei kleine Igni-Glyphen, die sind ehrlich gesagt verschmerzbar. Hier haben wir 14 Rüstungen mehr. Was ist das hier? Das ist die Bärenrüstung. Ob wir die vielleicht noch aufpimpen können, da gucke ich mal ganz kurz. Da müssen wir nochmal ganz kurz zum anderen Händler. Ja, hoppsa. Pass auf, da düsen wir mal ganz kurz zum Rüstungshändler. Der war doch da hinten irgendwo. Überhaupt nicht. Ich will... Was, mit den lustigen Hosen? Warum? Almhosen. Almhosen für die Armen. Das sind Bergleute hier. Die haben einfach, die wünschen sich Textilien, weil es sehr kalt wird in den Bergen. So, hier war doch der Rüstungsschmied. Hey! Hey! Also, mal gucken. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Vielleicht müssen wir nochmal zum roten Baron. Äh... Oberkörper. Ich weiß gar nicht, was wir das Rezept haben, ehrlich gesagt. Greifenrüstung ist auch schön meisterlich. Kriegen wir sowieso nicht hin. Stufe ist zu niedrig. Da brauchen wir wirklich einen Rüstungsmeister. Aber für die normale, für die verbesserte, reicht es auf jeden Fall noch. 160. La 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 la. Plus 34. Wir stellen das mal her. Ein bisschen Geld haben wir ja wieder. Die verbesserte Bärenrüstung. Du und ich, wir wären doch gerne einmal Bären. So. So sieht der verbesserte Aussicht aus wie Knastkleidung. Plus 34. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Im Vergleich. Die Vitalität wird uns natürlich ein bisschen fehlen. Durch Bohrungsschadenresistenz. Das wird dann Resistenz aufstehen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, was wir da hatten. Resistenz gegen Schaden durch Monster. Das gefällt mir sogar noch viel besser. So. So sehen wir jetzt aus. Eigentlich sieht das aus wie so eine alte Schlafmatte. Zwei Sockelungen haben wir drin. Hier hatte ich Igni drin, ne? Die Igni kann ich inzwischen auch aufbessern. Was haben wir hier noch? Stiefel. Plus 1. Lohnt sich nicht im Vergleich. Es sei denn, wir können die Bärenstiefel aufrüsten und die Bärenhose. Das ist ja eine bärige Hose. Ansonsten habe ich hier die Mahakama-Rüstung nochmal rausgesucht. Hat mehr Vitalität. Der Rest bleibt gleich. Das wäre eigentlich ganz gut. Wenn wir mal ehrlich sind, haben wir noch 5 Rüstungen mehr. Einfach geschenkt obendrauf. Und ein bisschen mehr Vitalität, die wir jetzt ja sowieso verloren haben gerade. So. Ja, 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 ja. Pass auf. Ich probiere nochmal ganz kurz. Du hast Glück. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Ja, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Okay. Die Staifel, Bärenstiefel, lalalalala. Schade. Überlegene Bärenstiefel. Da fehlen uns die verbesserten. Ja, scheiße. Die verbesserten Bärenstiefel können wir leider nicht machen. Ärgerlich. Finde ich nicht so gut. Hose, verbesserte Hose, bitte eine verbesserte Hose, bitte eine verbesserte Hose. Auch nicht. Überlegen haben wir aber die verbesserten Hosen und die verbesserten Stiefel. Ich weiß nicht genau, wo ich die herkriege. Das war es auch schon, ne? Stiefel und Hose. Oberkörper. Ich gucke mal ganz kurz. Schema greifen. Lalalalala. Meisterlich. Da fehlt uns noch was. Die überlegene. Haben wir die Rüstung? Haben wir die Dingens? Überlegene Bärenrüstung. Oh, die kann er sogar machen. Oh, nice. Wie schön. Ich hoffe, die kann ich auch tragen. Oh. Zieht sich ja im Shop aus. Der Geri ist schon ein bisschen schmerzfrei bei sowas. Wo ist sie denn hin? Wo ist denn? Stufe 30. Toll. Das ist ja super. Ja, haben wir eine überlegene Bärenrüstung, die uns einen Scheiß bringt. Vermessert ist Bärenstahl. Oh. Ja, habe ich dann doch schon gehabt. Toll. Gut, dass ich die nochmal geschmiedet habe. Nein, ist auch egal. Habe ich es halt nochmal gemacht. Ist doch kackegal. Okay. Stiefel mache ich nicht. Lohnt sich bedingt. 21 Igni. Zelliniert durch Bohrungsschadenresistenz, Zerschmittelnresistenz, Ausschädchenresistenz. Ich behalte die jetzigen Stiefel, auch wenn da kleine Igni-Glyphen drin sind. Die Bärenhose, da ziehe ich lieber die, hier die, Maha-Kacka-Hose an. Und hau mir dann da noch ein paar ordentliche Glyphen rein. Quennen ist, glaube ich, ganz gut. Tja, das mit der Rüstung, hat ja nicht so gut geklappt. 140, 126. Nehmen wir erstmal diese hier. Und dann hatten wir Igni, hatten wir da drin. Igni. Und für die Hose hatten wir Quennen. Weiß ich nicht genau, was ich da jetzt machen soll. Ähm. Ausrüstungsgegenstand. Groß, groß. Wir haben ja ein paar große Runen hergestellt. Irden. Äh. Das ist ja immer so durcheinander. Das fliegt ja immer so durcheinander durch die Gegend. Große Igni-Gnyfe. Gnyfe. Zwei Quennen. Warte mal auf, die steck ich mir dann wieder in die Hose. Nein, das sind ja keine großen Scheiße. Kacke, ich bin so doof. Also aus der Hose erstmal wieder raussockeln. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Ja, 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 ja. Ist aber auch durcheinander. Okay. Ähm. Sockeln geht hier offenbar nicht. Dazu muss ich erstmal wieder hier und dann da raus. Zerlegen. Die Verbesserung entfernen. Aus der Hose hier einerseits. Die Verbesserung wird dadurch zerstört. Ja, da ist es egal. Ich hoffe, die Hose lebt noch. Ich würde mich sehr ärgern, wenn die jetzt weg ist. Bis dann. Okay Mädels, ich wollte euch gerade den Hintern zeigen. Geht aber nicht. Okay, das Ding ist da. Also Geralts Hintern, nicht mein, ne. Ich wollte hier nur mal kurz eine Entwarnung aussprechen. Äh, große Quennglüfe. Zack. Und zack. Igni, ganz ehrlich. Also Igni, ich würde da lieber nochmal ein bisschen rumquennen. Igni macht man nicht ganz so oft. Ich mache da mal mehr auf Quen. Quen Stefani. Äh, da haben wir nochmal Igni. Das würde ich gerne raushauen aus dem Stiefel des Erlenvolks. Dann haue ich da nochmal eine Quennglüfe rein. Scheiße, ich hatte vorher noch normale Quennglüfe. Da hätte ich noch eine große herstellen können. Dann hätten wir jetzt da auch einen Stiefel. Na, scheiß drauf. Komm, wir lassen die Stiefel wie sie sind. Gucken bei der Mondklingel mal. Klingel. Bei der Mondklingel. Ähm. Zoria war 5% Chance auf Einfrieren. Hier haben wir 1% Chance. Ich glaube, Einfrieren gefällt mir eigentlich ganz gut. Hm. Verbrennen und Einfrieren ist immer sehr schön. Aber Rüstungsdurchbohrung ist mir ehrlich gesagt mein Liebstes. Silberschwert. Vor allen Dingen, vor allen Dingen beim Stahlschwert. Wobei Rüstungsdurchbohrung beim Wolf weiß nicht, ob das viel bringt. Aber generell, ich mag das sehr gerne leiden. Ich überlege gerade, ob ich 15% Einfrieren nehmen soll. Weil hier 1% Chance auf Einfrieren schon ist. Schwierige Entscheidung immer. Betäuben ist natürlich auch sehr schön. Betäuben gefällt mir auch sehr gut. Taumeln auch. Toll. Muss ich zugeben. Einfrieren. 5%. Wenn es jetzt 10% wären, dann würde es dir natürlich richtig lohnen. Rüstungsdurchbohrung 20. Das ist doch gar kein großer. Wo ist denn? Da ist der große. Ne. Hä? Da sind die großen. Verdammt. 30, 60, 90 Rüstungsdurchbohrung. Ganz ehrlich. Bams. 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 Und dann nämlich bei dem anderen Einfrieren einfach. Fertig. Ich hätte hier Einfrieren nehmen. Ach, ist auch scheißegal. Ähm. Der 1% macht es jetzt auch nicht fett. Haben wir hier 10% Chance auf Einfrieren. Auch gut. Soll reichen. Handschuh-technisch. Haben wir ja plus 9. Im Vergleich. 2% durch Schwung. 2% durch Schwung. 5% 10%. Ist das gleiche in grün. Da haben wir noch Igni drin. Igni, 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 Igni. Ich würde am liebsten hier... Ach komm, die große Quen. Dann packen wir die nochmal da rein. Dann sind wir super ausgequennt. Sehr eloquent sind wir jetzt. So. Sieht nicht anders aus als vorher. Aber wir haben uns ein bisschen neu ausgerüstet. Und das gehört immer mal wieder dazu. Zeig mir deine Waren. Lass mal. Achso, warte. Vorher will ich noch mal ganz kurz entsockeln. Ehrlich gesagt. Zerlegen. Angriffskraft. Ja, das Ding werde ich zerlegen. So. Ciao. Tut mir sehr leid. 17 Silberbachen, mein lieber Freund. Äh, großer Swarok-Runstein. Den möchte ich auch ungerne verlieren. Halt. Was bist du für ein Schwert? Tiger. Tiger-Uppercut. So. Äh, das mach ich weg. Die kleinen Igni-Glyphen sind mir ziemlich Latte. Äh, große Quen-Glyphen. Die würde ich gerne behalten. So. Und hier eine große Igni-Glyphen. Die behalte ich auch. So. Zack. Dann einmal raus. Dann einmal handeln. Gwennel brauchen wir, ehrlich gesagt, nicht mehr. Ciao. Aber wie gesagt, das gehört eben auch zu Witcher dazu. Bis dann. Beziehungsweise nicht nur zu Witcher, sondern generell natürlich Rollenspiele. Und sonst habe ich immer Offscreen alles gemacht. Und ehrlich gesagt finde ich das nicht gut, wenn man die Neuausrüstung, das Verkaufen kann man Offscreen machen. Aber das Neuausrüsten finde ich so ein bisschen schade, wenn man das, äh, Offscreen macht. Weil man als Zuschauer gar nicht so hinterherkommt, was hat er denn jetzt überhaupt an, wo hat er das gefunden, wie kommt das jetzt zustande und so weiter. Ehrlich gesagt würde ich jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier irgendwo rumreisen, ich muss gleich nochmal gucken. Ich würde gerne nochmal zu einer Kiste. Denn wir haben noch ein bisschen grünen Krempel, den wir mit uns rumschleppen. Äh, die Gänsemöse. Ist ja immer schön. Ähm, erotisch. Da ist das Tor des Hierreichen. Wir gehen mal ganz kurz zur Kiste oben links. Jo, und zwar bei einem gewissen Herrenfreund haben wir da eine Kiste in seinem Etablissimo. Jetzt müssen wir mal ganz kurz das Ladebildschirm abwarten, das bleibt nicht aus. Da wir ja sowieso immer Überlänge haben, ist das ja auch völlig legitim. Da können wir 20 Minuten verkaufen und es wäre immer noch legitim, äh, 20 Minuten ausrüsten. Es wäre auch noch legitim, wenn wir eine ganze Folge lang ausrüsten. So. So, gucke mal, da ist er ja, der Herr Rittersporn. Ähm, nein! Wollte ich nicht! Oh, hallo? Was? Was? Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Ich wollte nichts. Bis dann, Rittersporn. War offenbar zu schnell, der musste ja alles noch laden. Ich wollte hier ans Lager nämlich ran. Da haben wir nämlich diverse Köpfchen schon. 10% Chance auf Verstümmeln gefällt mir natürlich sehr gut. Ehrlich gesagt am besten bisher. 5% Chance auf Bonuskräuter. Na, vielen Dank auch. So, Bären-Silber-Schwert, Katzen-Stahl-Schwert, verbessertes Bären-Stahl-Schwert, dann haue ich mal Bären-Stiefel rein noch, die Bären-Hose. Äh, überlegene Bären-Rüstung. Ganz ehrlich, das Ding könnte ich eigentlich, das behalte ich mal. Das will ich als nächstes mit ausrüsten. Die Hexer-Sachen würde ich gerne im Lager lassen. So, was wir auch noch zu tun haben. Wir haben noch einen verfügbaren Punkt. Den würde ich gerne auch auf Quellen legen. Erhöht die Intensität des Zeichens. Äh, 5% Ausdauerregeneration. Lalalala. Und dann kommen 5% und werden auf den Angreifer zurückgeworden. Da freue ich mich, äh, geworfen, da freue ich mich sehr drauf, äh, dass wir das vielleicht mal irgendwann erreichen. Wuff, eventuell, irgendwann, wie gesagt. Du kommst da rüber, du kommst da rüber. Hier hätte ich jetzt gerne was Gelbes, ehrlich gesagt. Aber das wird, glaube ich, schwerlich funktionieren. Und hier hätte ich gerne später was Blaues. Das kommt dann hier rüber. Äh, hier hätte ich dann gerne... Weißt du was, ich mach das mal so. Zack. Zack. Das war der schnelle Angriff. Und dann mache ich da ein blaues Muttergen rein. Haben wir denn ein schönes blaues, großes Muttergen? 5%? Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn geschafft. Aus den Großen kann man auch sehr Große machen, ich weiß es gar nicht. So. Äh, wo lauf ich hier eigentlich gerade hin? Ich wollte glaube ich zu einem nächsten Ortsschild. Entschuldigung. Jaja, ich bin gestolpert gerade über meinen eigenen Füßen. Was ist da irgendwas? Elfin? Und? Ihn können wir gar nicht, naja gut. Ähm, so. Ich war gerade bei Hexeraufträgen. Türen werden zugeschlagen in Novigrad. 24, das wäre doch mal was. Wie gibt es im Spukhaus? Vielleicht können wir gleich, wenn wir schon mal in Novigrad sind, können wir doch mal eben schnell gucken. Wenn wir schon mal hier sind, weißt du was? Machen wir die Hexeraufträge hier gerade. Ganz spontan, ich weiß wir sind noch in Skellig unterwegs, aber hier haben wir ja auch noch ein paar Sachen, die wir machen können. Das dürfte nicht allzu weit von hier entfernt sein, hoffe ich. Sicher bin ich mir da nie so ganz. Man kennt ja die Wegfindung hier. Begib dich zum Spukhaus. Ja, wir begeben uns. Sehr ausführlich zum Spukhaus. War hier nicht auch der eine mit der Gewindkarte, wo man vielleicht mal versuchen kann, hier steht der Zwerg immer noch rum. Der Rostan. Der will immer noch, dass wir die Gewindkarte zurückgewinnen. Vielleicht können wir das bei... Hä? Jetzt geht der Weg wieder andersrum. Ach, die Wegfindung ist ein Traum. Oder ich habe nicht aufgepasst. Kann natürlich auch sein, weil ich gerade mit den Augen beim Herrn Rostan war. Wo sind... Hä? Jetzt sind wir da, was? Ich verstehe diese Wegfindung nicht. Manchmal ist sie da, manchmal nicht. Dann... ja. Und der Weg führt uns ganz wo an? Hä? Hä? Wo ist denn das jetzt? Hier auf der Karte, sag mal. Einsam... Ja, ich glaube es hackt ein... Da hinten. Na tolle Wurst, da kann ich ja ewig laufen. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz hier über die Brücke. Kein Wunder, dass die Wegfindung spackt. So, hier rüber... Da waren wir ja schon mal. Da haben wir ja damals... Wie hieß der nochmal? Den Dimitri... Nee, wie hieß der? Ich weiß gar nicht. Einen anderen Hexer haben wir da getroffen. So, wo kommen wir ja? Da können wir mal eben das... Können wir mal eben hier. Die Aufträge machen ist ja eh gleich in der Nähe. Mhmm. Ich darf einfach gar nichts sagen. Ich darf gar keine Anmerkungen in der Art machen. Sonst brauchen wir nämlich noch eine Stunde, bis wir das finden. Ja... Das sind Uhus im Wald. Also, Prittstifte quasi. Ähm... Das da hinten sieht schon interessant aus. Das ist so ein Zeltchen, wie es aussieht. Ah, so ein Blumenfeld. Schön. Da will ich mal ganz kurz... Oh, entschuldige Plötze. Ich habe die Mauer echt nicht gesehen. Voll gegengeklatscht, das arme Pferd. So, hier reite ich mal ganz gemächlich durch, damit ich hier niemandem wehtue. Hallo! Liebes Volk. Spuk. Ja, der klebt sich nicht immer am Weg fest. So... Er klebt sich offenbar gar nicht mehr am Weg fest. Okay. Plötze, du bleibst hier. Das ist ein Spukhaus. Äh, und Plötze erschreckt sich immer sehr bei Spukhäusern. Das Moldawie-Anwesen. Hey! Entschuldige, ich wollte ja reden. Hallo, mein Freund. Moment. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Hm, hätte ich es mal bloß nicht gemacht. Zeitverschwendung. Hat einfach... So. Hat so einen Löwenzahn am Wegesrand gepflückt und ist jetzt... Nennt sich jetzt Händler. Neue Markierungen. Das ist also das Spukhaus. Mhm. Mhm. Die Musik hört sich schon mal gut an. Hier draußen nichts Verdächtiges. Tja, dann gehen wir mal rein. Das Anwesen sieht gut aus. Müsste mal geputzt werden, ehrlich gesagt. So ein bisschen durchgefeudelt. Ui. Ich verstehe, warum. Schon wieder Nägel. Warum so viele Nägel? Immer... Vor allen Dingen immer als Quest-Gegenstand. Und immer Radu wie der Gestrenge. Wie viele Bücher denn noch? Mhm. Tagebuch aus dem Moldawie anwesend. Oh, da muss ich mal ganz kurz reinlesen. Skrolli, Skrolli. So ein hübsches Haus. Ich kann nicht fassen, dass wir es so günstig erstehen konnten. Valeria war ja immer geschäftstüchtig. Sie hat so erbarmungslos gefeilscht, dass der Makler um ein Drittel runtergehen musste. Unglaublich. Valeria sagt, dass die Raumaufteilung außergewöhnlich gut gelungen ist. Morgen holen wir unsere Sachen. Es wird schön wert, ein eigenes Haus zu haben. Endlich Ruhe und Frieden. Kaum hat mir die Möbel arrangiert, befand Valeria, dass die Wände gelb gestrichen werden müssen. Vielleicht ist das sogar eine gute Idee. Es sorgt für mehr Gemütlichkeit. Valerias Mutter hat uns besucht. Morgen streiche ich die Wände dann wohl grün. Valeria hat in der Nacht Geräusche gehört. Sie hat mich mehrfach geweckt, aber ich vernahm nichts. Heute Nacht habe ich es auch gehört. Die Wände haben gewackelt. Valeria hat von den Nachbarn erfahren, dass in diesem Haus einst ein mächtiger Magier gelebt hat. Sie sagen, dass er Dämonen beschworen hat und sein Geist noch im Hause umgeht. Die Leute glauben mir den abenteuerlichsten Unfug. Valeria hat beschlossen, für eine Weile wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, bis ich etwas mit den Wänden unternommen habe. Ich spaßte, dass ich sie noch mal streichen könnte, aber das fand sie wohl nicht so komisch. Die Wandverkleidung fällt ab. Ich vermeinte letzte Nacht etwas gehört zu haben. Wie ein ersticktes Brüllen. Valeria ist wieder da. Sie hat einen Käufer für das Haus gefunden. Um jeden Verdacht auszuschließen, hat sie behauptet, die Witwe des Magiers zu sein, die das Anwesen nach dem unglücklichen Tod ihres Gatten auf dem Scheiterhaufen verkaufen möchte. Der dumme Graf glaubt sicher ein unvergleichliches Schnäppchen gemacht zu haben. So wie wir damals. Hm. Nichts Verdächtiges. Es knarzt ein bisschen. Aber das ist okay. Diese Bilder. Fürchterlich. So, mal schauen. Was ist denn das? Also irgendwas unter dem Haus offenbar. Oh. Die Tür ist zu. Oh Gott. Gut. Das ist ein Loothaus. Oh. Altes Bärenfeld. Sehr verdächtig. Ah. Okay. Dann. Würde ich sagen. Untersuche den Keller. Naja. Da sind wir gerade eh dabei. Hier war lange keiner mehr. Und das gehört zum Haus. Ah. Ah. Na. Offenbar gibt es hier einen Troll. Hm. Sieht wie ein Tagebuch aus. Amaverick von Soranas Tagebuch. Dann wollen wir da gleich natürlich auch gleich mal lesen. Im Umgang mit Kreaturen dieser Art ist es unabdinglich ein Gleichgewicht zwischen der Ausübung ihres Willens und der Einschränkung durch die Fesseln der Dienerschaft zu erreichen. Der verständige Elementarist sollte nach Zähmung eines magischen Dieners der süßen, doch verhängnisvollen Versuchung widerstehen, die Kreatur zu entfesseln, da hieraus nur Unbill entstehen wird, ihr sogar Heulen und Zähne klappern. Ebenso ist es nutzlos, das Joch des Dieners zu stramm zu ziehen, weil die Kreatur damit dumpf und dämlich wie ein Brocken Erde sein wird. Die Kunst besteht darin, eine angemessene magische Barriere zu erschaffen, deren Wirksamkeit von einem Kristall der Macht unterstützt wird. Der Kristall ist jeweils von größter Wichtigkeit. Sollte er kaputt gehen, fällt die Barriere in sich zusammen. Aber keine Sorge, weder Axt noch Klinge können ihm etwas anheben. Solch eine geschützte Barriere soll als des Dieners Gefängnis dienen, ohne seine Macht jedoch ungebührlich einzuschränken. Hierzu sind freilich vorzügliche Fertigkeiten vonnöten, die durch oberflächliches Studium und gelegentliche Praxis nicht zu erwerben sind. Die Stümper und Tunichtgute unserer Profession brauchen sich gar nicht zu bewerben. Nein, nein. Nun gut, ich muss Dukas eine Reinschrift davon anfertigen und zur Veröffentlichung vorbereiten lassen. Möchte wissen, wo der Tölpel steckt, habe ich ihn doch schon vor Uhrzeit um Käse und Tinte geschickt. Okay, da ist wohl offenbar ein Diener, der amok läuft. Was ist denn das da? Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Ein Wildgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein. Irgendwie den Durchgang öffnen. Hm. Ah. Verstehe. Tiefer rein. Speichern. Können wir vielleicht... Offenbar können wir das nicht. Das doch. Oh, naja. Vielversprechen ist was anderes, aber wir kommen da hinten immer raus. So, hoppala. Was ist denn das für ein Hebelchen? Da hat was geklickt. Das ist doch schon mal super. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da oben wieder rauf? Kann der Geralt... Der kann ja nicht viel, aber kann der sich hier vielleicht... Nein, kann er nicht. Kann der überhaupt hier irgendwo rausklettern? Da. Hier. Ui. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Ja, gut, dass das... dass die Barriere noch hält. Was haben wir denn da hinten? Sapherlot. Äh, ach nee, haben wir ja eh schon. Autsch. Oh, tolle Idee. Vielleicht mach ich mal lieber ein Schutzschild an. Oh. 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 Autsch, da bin ich ja toll ausgewichen gerade. Autsch, da bin ich. So, das war das Spukhaus. Nimm eine Trophäe. Das mach ich doch gerne. Genius Essenz und natürlich auch das Köpfchen. Ach, haben wir schon. Ich dachte jetzt, sie wird wieder abgeschnitten, ganz dramatisch. Tja, hol dir eine Belohnung von Kurt Dussardt. Der Kurti Schmurti, da freut er sich sicher. Hat das Haus für ein Schnäppchen erstanden und es ist auch noch gut. Also jetzt. Muss natürlich nochmal aufgehobelt werden da oben. Generell, schöne Hütte, muss man sagen. So, nananana, nananana. Das gammelige Essen würde ich vielleicht nochmal irgendwie, da würde ich vielleicht nochmal durchfeudeln. So, zum Glück gibt es ja hier so eine Schnellreiseoption. Jut, 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 jut. Einsame Hütte, Pipapo, Tralala, Moldawie anwesend. Da waren wir vorher tatsächlich noch nicht. Platz des Hierarchen. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin. Haben wir die Quest aber mal nebenbei gemacht. Finde ich ganz gut. Eigentlich schöne Novi, gerade mal diese Hexer-Aufträge zu machen. Ist jetzt nicht sonderlich spannend. Die Hauptstory geht nicht weiter, aber trotzdem lösen wir damit immer noch so ein paar Open Ends und kriegen hier und da vielleicht sogar noch ein paar XP dazu. Würde ich mich sehr freuen, wenn das funktioniert. So, er muss da irgendwo sein. So, da sind sie gerade am Updancen. Der Kollege muss hier irgendwo sein. Reicher Städter, Städterin. Hä? Wo ist er denn? Über uns ist gar kein... Der ist... Was? Du Schwein? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich steh nur rum. Der soll über uns sein, aber... Ah, okay. Halt! Ist es vielleicht einer von denen, die auf den Bänken hocken? Ah, der, der uns beleidigt. Sehr gut. Also folgendes. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? 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 Wer ist denn... Ach, du bist das, Brian Hodge. Schafft eure Frauen weg. Willkommen, Meister Hexer. Hallo. Ich habe die Nachricht gelesen. Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brian Hodge. Ich habe den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen. Nah am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfäller anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an, aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann, eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgekommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Ich frage mich immer. So Grundstücke und sowas. Wer bestimmt denn eigentlich wem die gehören? Weil die gehören ja ursprünglich gar keinen. Da muss ja... Muss man... Geht man da irgendwo hin und stellt Anspruch drauf? Hm. Oder also ging man früher. Jetzt heutzutage ist ja klar. Äh, aber früher, wie war das? Da war so ein Waldgrundstück und geht da jemand hin und sagt, okay, von hier bis hier bis hier bis hier gehört das mir? Oder sagt jemand, okay der Wald gehört jetzt mir? Oder hm. Reden wir über meinen Lohn. Das Angebot ist nicht hoch genug. Okay. Ich würde sagen 300 ist angemessen. Oder? Hm? Ne? Ich weiß, dass ich dir kein Vermögen angeboten habe. Aber was du forderst ist einfach zu viel. Mist. Komm uns entgegen. Damit wir es hinter uns bringen können. Okay, Verstummungsgrad ist gerade gefährlich gestiegen. 270. Komm. Ist jetzt wirklich low. Was? Billig bist du nicht gerade. Aber du hast versucht vernünftig zu sein. Wir könnten uns noch einigen. Boah, was für ein Drecksack. Dem will ich gar nicht helfen. 265. Was? Billig bist du nicht gerade. Was? Aber du hast versucht vernünftig. Fick dich doch. Hm. Na schön. Sagen wir, das ist ein Preis, den ich zu zahlen bereite. Was für ein Penner. Arschloch. Dreckiger kleiner Kacknom. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Kleiner, billiger Stricher. Sprich mit Zeugen. Ich hatte nur einen einzigen Rufen. Er. Hä? Nicht? Ach, hier er. Hey, Holzfäller. Willkommen Reisender. Krieg mit mir, du Schwanzlutscher. Gib dir was hinter die Binde, damit meine Freunde in Frieden ruhen. Sie wurden fertig gemacht. Aber ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung, wen oder was ich verfluchen soll. Ich habe mit Brean Hodge gesprochen. Er hat mir vom Tod deiner Kameraden erzählt. Das Arschloch. Wir haben ihm gesagt, dass sich was Schreckliches im Wald rumtreibt. Aber er wollte nicht hören. Er hat mich angeheuert. Er will, dass ich die Bestie finde, die dich und deine Freunde angegriffen hat. Wirklich? Nun, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Guter Mann, Brean. Aber ein Halbling. Erzähl mir von dem Angriff. Woran erinnerst du dich? Wir waren auf dem Weg aus dem Wald, mit Holz beladen wie Packpferde. Plötzlich hörten wir ein Heulen wie von einem Wolf, einem Rudelführer. Wir sind gerahnte, aber das Wagenrad ist stecken geblieben. Magnus Richter rief, ich solle die Armbrüste aus der Hütte holen. Also bin ich los. Als ich zum Wald zurückkam, alle massakriert. Ich habe meine Freunde nicht wiedererkannt. Danke. Das war wirklich hilfreich. Töte das Scheißding, ja? Herr des Waldes. Na gut. Tja, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Und ich frage mich, ist es ein Werwolf, was da auf uns warten wird? Oder was immer es sein mag? Es ist weit entfernt vor allen Dingen, das ist ja die Frage. Letztes Mal war ja nicht so prallo. Okay, ist schon, ist schon ein Stückchen. Hafentor, ganz ehrlich lohnt sich kaum. Weißt du was, komm. Das gehen wir zu Fuß. Also nicht unsere Fuß, sondern Plötze Fuß. Wir gehen das zu Plötze Fuß. Und zwar querfeldein. Ich denke mal, das ist immer ein bisschen schneller, als wenn wir jetzt die Wege nehmen. Hoffe ich zumindest. Naja, offenbar nicht allzu schnell. Querfeldein. So, uah. Na toll. Mann, Plötze, du solltest springen. Naja, ist halt, ist halt ein Computerspielepferd. Ist ja kein echtes. Ein echtes wäre natürlich mit Bravour lang geflogen. Wie so ein kleiner Super- Mann, jetzt über die Brücke, Mann. Plötze. Was ist hier los? So, irgendwas war da gerade. Interessiert uns aber nicht. Wir jagen hier mal ganz kurz durch den Wald. Oh. Muss ja hier irgendwo sein. Finde den Schauplatz des Angriffs mit Hilfe deiner Hexersinne. Okay, das ist nicht sehr unauffällig. Nicht sehr unauffällig ist natürlich auch dieser Endscreen hier. Dieser formschöne Endscreen. Tja, was ist mit den Holzbällern geschehen? Irgendwas hat die angegriffen. Irgendwas hat die zerfetzt. Offenbar kein Wolfsrudel. Obwohl Wölfe hier merkwürdigerweise auch sehr random angreifen in diesem Fantasielande. Normalerweise jagen die ja eigentlich nur, um sich zu ernähren. Also in diesem Falle, hm. Ich weiß nicht genau, was mit den Wölfen los ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein Rudel war. Ich glaube eher, weil die Quest auch Herr des Waldes heißt, wird es wahrscheinlich entweder tatsächlich hier so ein Baumwipfelfiech sein oder halt ein Werwolf. Wir lassen uns überraschen. Wir hatten ja schon mal ein Holzfällerlager gefunden. Da war es so ein Baumwipfelfiech, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ihr wisst schon, was ich meine hier. So ein Wandelbaum da irgendwie. Bei Ultima hießen die Trend. Wenn ich mich recht entsinne. Hier habe ich es wieder vergessen. Naja, jedenfalls in der nächsten Folge finden wir heraus, was mit den Holzfällern geschehen ist. Vielleicht machen wir mal noch ein paar Hexer-Aufträge. Aber wie gesagt, in Bälde machen wir natürlich mit der Hauptquest weiter. Trotzdem möchte ich gerne auf jeden Fall alle Quests machen. Wenn schon nicht alle Fragezeichen. Aber auf jeden Fall alles, was wir an Quests haben, werden wir versuchen zu machen. Es sei denn, es hat irgendwas mit Gewinn zu tun. Vielleicht da auch nochmal irgendwann. Das aber vielleicht dann eher im Livestream. So. Jetzt aber erstmal. Ich spiele jetzt weiter. Ihr guckt euch den Endscreen zu Ende an. Oder wartet einfach bis morgen. Jetzt genau in dieser Position. Ausharren bitte. So. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und gab euch wohl. Schlagg und Musik Musik Musik